ich dachte du wolltest auch eine ja das ist auch gut so, die kann ich gut getrauchen ja ja beides er hat da raus ins licht ausgemacht ja 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 sag mal einen Kern, brauchen wir den? also ich brauche den noch nur wenn ich selber eine Base baue, ne? den gelernt hast du den bis jetzt nur, ne? kann ich auch einen lernen oder das ist Quatsch? Sollen wir es aufheben? Minigun ja ja hober Wessel mach ich mal eine Minigun 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 ja geht später erst Sauerstofftank und so ein Kram brauchen wir ja nicht Sauerstofftank und so ein Kram brauchen wir ja nicht oder doch vielleicht wenn wir andere Planeten besuchen, ne? oder ja geht die Leider auch lieber machen wir mehr komm ich mal mit dem Prozessor Omeche-Fan Vielen lieben Dank Omeche-Fan Was ist denn das? Vielen lieben Dank Dankeschön Omeche-Fan Hab ich auch noch nie gelesen, der Omeche-Fan Automatiktür Die hast du aber schon gemacht Ich kümmere mich mal um Waffenfreischaltung Ja, ich muss mal Ich bin jetzt relativ voll Ich hab ein bisschen Munition mit Das ist nur 400 nur Simons Rates Grüß dich Hallöchen Hallöchen Eine fast lustige Musik heute Ganz liebe Grüße an Avo Nacho von Diamond Space Ja, wie du willst dann Ich will nachher noch Ich will von mittags noch ein Minecraft-Screen machen 2 Uhr haben wir jetzt 2 Uhr Jo Das glaube ich dir ja 12 Folgen ist viel Gleich da, wo du gestorben bist Ja, für jeden eins Ja, klar Ja, klar Ja, nacht Weck sie nix Davi, nein, danke Alles gut Nee Wollts Fenster machen Ich hab noch ein paar rosa Fenster in Minecraft Oh, oh, warte mal Warte mal Ah, hoch, hoch, hoch Warum springt der dann immer so blöd hier Was hat gefehlt hier? Bin wir bei dir Den finde ich unter Den finde ich unter Building? Nee Fenster schräg kann ich Transparent Ja, okay Ähm, nicht ganz, aber was? Noch mal Ja, ich bin gleich bei 10 Lang brauche ich nicht mehr Ja Du willst mich ärgern Ja, du willst mich ärgern Ich hab das schon mitbekommen Ähm, warte mal ganz kurz Ich hab grünen Schleim Ähm, ne Ähm, ne Wieso? Wolltest du den Kill klauen? Du Hund Nee Okay Ja Alles klar Nee, nee Ich muss erst mal weg Du willst mich killen Ich will endlich wieder Sonne hier Das ist voll viel Nacht auf dem Planet Finde ich Ja Sehr, sehr dunkel, das Spiel Der frisst mich Der frisst mich Der frisst mich Der war viel Fleisch dabei Sehr gut Sehr gut Und er ist gebackt Der ist aber heute nicht gezockt Der frisst mich Okay Kommt die Maus Grüner Schleim Fleisch Trocken Dingens Ja Ich überlege gerade Wenn grüner Schleim Fleisch bringt Wie das wohl schmeckt Wie ein Slushfleisch Ah, okay Also nicht Yellow Okay Damit sagt Kein Seven Days Nix verpasst Der Minas hat gehostet Und der Heldenausbilder So Ist auch ganz süß Süß, ganz schön Also mir macht es Spaß Also So Zwölf bis zweihundert Leute Mal mit reinkommen Zu sehen Ganz nett Das auf jeden Fall Nee Hätte ich keine Kein Bedürfnis zu Nein Ganze 718 Hat die gerade gebracht Okay Geil Moin Moin WannaPlay Grüße Ja H2 0 2 0 Ja Doch Der macht allerlei Dreierlei Doch Ich weiß es Mit dem Letzten Es gesprochen Momentar Ist voll Ich bin auf dem Rückweg Ja Ich bin auf dem Rückweg Ich habe 69% Auf Level 10 Jetzt schon Mir fehlt halt leider ein bisschen was zum Abschießen Was kann man noch Ich habe es nicht Dann Ja Ja Es gibt jede Menge rotes Fleisch Ja Das ist so Du schüttest einfach oben in den Helm was rein Ganz oben Und dann kaufst du einfach nur Guck mal da oben Gern schnupsen Fehlen noch Wow Cool Es gibt noch einen schönen Screenshot hier Jetzt mal dazu Komm Sehr schön Ja Ja Sieht cool aus Das auf jeden Fall Aber laut sind sie Das ist auf jeden Fall Ja Ja Es hat mir sehr viel Spaß gemacht Heute mit dir Den Stream zu feiern Ich hoffe dein Videoschnitt Das dauert nicht zu lange Dass Alle davon was haben Und zwar alle die jetzt Nicht den ganzen Stream Sehen konnten Jetzt heute In der letzten Folge Angekommen sind Bei dir Ja Ich werde Ich werde nicht dazu kommen Einen Mitschnitt zu machen Weil das von der Zeit nicht reicht Ja Das ist Oh Egal Machen wir das nächste Mal Wieder ein Stream draus Und dann passt das Haust du dann gleich ab Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.